Dann kam, weiß ich noch, der 1. August. Dann habe ich versucht, sie anzurufen, wie immer. Ich habe sie bei der Arbeit oft angerufen, seltener zu Hause, weil er noch der Ex, sage ich mal, rumschwebte. Sie lebte ja mit ihm zusammen im Haus. Und ich habe sie nicht erreicht auf der Arbeitsstelle. Und ich so, ah Mist, wieso denn nicht? Hat doch heute mal so gut geklappt. Dann kam er in den Sinn, 1. August ist natürlich der Schweizer Nationalfeiertag nicht. Und dann habe ich es dann abends zu Hause probiert. Und dann habe ich sie erreicht. Und dann war sie total verzweifelt, sagt sie, oh, hier ist dicke Luft, hier brennt die Hecke. Sprich, es ist Nationalfeiertag. Ihre Eltern und die Eltern von ihm, die saßen da bei der Feier, bei der National. Die Schweizer setzen sich ja gerne zusammen und feiern da nicht. Und da wurde wohl beraten. Wie geht es denn mit euch weiter mit Heirat und Hochzeit? Und dann hat sie eben die Bombe platzen lassen, dass sie es nicht will. Sie will es einfach nicht. Sie will es nicht. Und ich hatte es am Telefon und sagte, wir können nicht reden. Und ich war so in Sorge, dass es da richtig knallt. Ich sagte, du musst mich zurückrufen. Unbedingt. Egal wann, aber bitte ruf mich zurück. Ich hatte echt große Sorgen um sie gemacht. Und dann kam der Anruf so, ich glaube, viertel nach zwölf. Und das habe ich heute noch im Ohr. Die war so verzweifelt. Sie sagte so, bitte lass mich jetzt nicht im Stich. Lass mich nicht im Stich. Ich verlasse mich auf dich, dass das mit uns klappt. Und ich so, ja klar, mach dir keine Sorgen. Ich so, für mich ist das klar. Keine Angst und so. Ich stehe zu dir. Und dann war sie sehr erleichtert. Und der eine Satz ist mir noch immer im Ohr. Bitte hol mich hier raus. Sehr verzweifelt. Und ich sage so, du musst dir keine Sorgen machen. Ich stehe zu dir. Und dann am 4. August, also drei Tage später, kriegte ich zwei Briefe von ihr. Die hatte sie geschrieben. Ich hatte mich schon länger erkundigt. Die hatte sie eine falsche Hausnummer draufgeschrieben. Deswegen ging das erst zur Nachforschungsstelle der Bundespost. Und dann musste sie die richtige Adresse rausgefunden. Und dann kriegte ich an dem Tag zwei Briefe. Tolle Briefe, tolle Worte. Und dann geschah eigentlich das Unglaubliche. Dann sagte sie am Telefon, es ist vorbei. Ich so, wie bitte, wie ist es vorbei? Nein, sie können nicht mehr. Ich so, wie, was ist jetzt am Telefon? Was ist denn los? Was ist denn passiert? Und dann sagte sie, ja, sie mache entweder etwas alleine, weil die war total durch den Wind, total zwischen zwei, zwischen den Stühlen. Ja, sie mache immer etwas alleine. Das hätte ich vielleicht noch verstanden. Oder sie macht eben was mit dem Reto. Also sie führt diese Beziehung fort. Das konnte nicht sein. Schock. Ich sag mal, hast du einen an der Waffe? Nach all dem, was wir hatten, nach all diesen Dingen, machst du mit ihm weiter? Das musst du mir erklären. Was ist das denn für eine Sauerei? Das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch gegen deinen Willen. Du kannst doch nicht über diese Beziehung so ablästern und dich nicht wohlfühlen, mir solche, oder unsere Beziehung solche Wertschätzung geben und dann ist das vorbei. Und sie hatte Angst, mir das zu erklären. Und dann sagte sie, ja, sie würde mir das schreiben. Ich sag, nix da schreiben. Du schreibst mir gar nichts. Du weißt genau, dass ich, wir hatten abgemacht, dass wir, dass ich zu dir rauskomme, weil ich in Zürich bin. Ich sag, das sagst du mir bitte ins Gesicht. Hast du mich verstanden? Das, das akzeptiere ich nicht. Ja, also erstmal war ich unter Schock, ne, nach diesem, nach diesem Anruf. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Und das war, wie, weißt du, irgendein Wort, so, es geht nicht weiter, hatte meine ganze heile Welt, die ja, die ich ja aufgebaut hatte, war, ähm, zerplatzte auf einmal so. Und ich, vor allen Dingen, ich hatte das auch meinen Freunden gegenüber als das Ereignis meines Lebens angekündigt, ne, das, das, ne. Dann habe ich zwei Stunden gewartet, ne, und zufällig war Georg und Dolores bei mir, ne, die machten so eine Deutschlandtour, ne, die waren auch noch in Münster, äh, bei mir zu Besuch, neben meiner kleinen Bude. Ich sag so, ach. Und dann, äh, das Georg erzählt, er sagte so, ach komm, jetzt mal ganz ruhig, die, die ist durcheinander, gib ihr ein bisschen Zeit, die beruhigt sich schon wieder und so, ja, ihr wart doch in Sevilla ein Herz und eine Seele. Und dann sind die beiden in die Stadt. Und ich war alleine und dann dachte ich so, dann wurde ich richtig sauer, wütend. Weil das war Verrat, Verrat an all dem, was wir hatten, ne. Oh, ich so sauer. Dann rief sie nochmal an und sowas, ne, ich sag sag mal, ist das wirklich dein Ernst? Ja. Ich sag, ne, du Miete, das, äh, dann kam natürlich eine Serie von Schimpfwörtern, muss ich ehrlich sagen. Weil ich sauer wurde, ich war auf 100, nicht auf 180, vielleicht auf 280 und hab gesagt, okay, wenn du deinen Weg gehst, dann geh ich meinen. Und dann sagte sie so, was heißt das, ich sag, du, dann nehm ich mir den Strick. Pff, was für ein Spruch. Da wusste ich, es ist alles vorbei. Mit diesem, mit diesem Wort hast du alles kaputt gemacht. Ja, du Idiot. Aber, ich weiß nicht, ich war einfach voller Wut, voller Hass. Aber ich hab dann, wir haben abgemacht, ich komm am 13. Das soll sie mir ins Gesicht sagen, ich wollte sie unbedingt nochmal sehen, nicht. Und, ja, ich war so wütend und, und, äh, so von der Rolle, da wär auch kein Gespräch. Ich sag, das sagst du mir ins Gesicht, ich komm raus. Ja, dann sind wir dann nach Zürich gefahren. Wann war das? Acht Tage später, nicht? Mit Christian und ich, äh, runterzusammen Bruder und ich hab am nächsten Morgen, und ich hab in diesen sieben Tagen schon nicht mehr geschlafen, nicht. Meine ganze heile Welt, die ich hatte, die, die, die war weg, das drohte alles zusammenzubrechen. Und ich stand wirklich unter Schock. Ähm, ich hab nicht, kaum noch gegessen, kaum noch geschlafen, dann sind wir halt runter. Und dann bin ich am nächsten Morgen rausgefahren mit dem Schnellzug nach Romanshorn, das liegt direkt am See, am Bodensee. Und da arbeitete sie auch. Und, ja, dann stand sie da am Bahnhof.